Wenn man so viel Angst hat und man schwitzt, wenn man den weißen Kittel nur sieht, dann hat man schon. Und hier fühlt man sich halt wohl. Es ist etwas ganz anderes. Und vor allem die Information. Schriftlich, man gibt sich Mühe, man ist da für den Patienten. Und das ist eigentlich ein sehr großes Plus gegenüber anderen. Ja.